Okay, also der kommt jetzt hier nochmal hin. Wie weit kommt der denn? Geh ich hinten rum, geht das? Nein, ich kann nicht hinten rumgehen. Aber vielleicht... Ich kann auch nicht rennen. Dreh dich weg, komm, verpiss dich, verpiss dich. Oh, jetzt kommt er und ich kann nicht rennen. Aber das war jetzt ein Speichelpunkt oder sowas, glaube ich. Oder ist fucking Jefferson. Dreh dich um, dreh dich um. Die Bottle will ich haben, weil... Will ich die haben, die Bottle? Die kann ich doch nicht nehmen. Oh, Max! Gott sei Dank. Jetzt geht er hin. Ach, jetzt komm, halt die Schnitte. Was? Habe ich jetzt die Bottle? Oh Mann, das ist ja... Das ist... Ist das anstrengend? Ist das sehr anstrengend? Ich habe keine Ahnung. Alter, das ist ja krass. Schnell einfach weg... Nein! Alter. Alter. Verpisst euch einfach. Das ist gar nicht so leicht, weil die immer anders laufen, oder? Kann das sein, dass das so random ist? What the fuck, ey? Are you freaking? I'm freaking out. Ich hatte, glaube ich, vorhin ein Foto machen können an den Spinden. Spinden? Spinden? But I messed it up. Daher wollte ich nicht stehen bleiben. Ich kann nochmal zurückgehen. So, jetzt versuche ich es nochmal ohne Rennen. Die Eve macht das alles ohne Rennen. Alles ganz gemütlich? Jesus, ey. Ich weiß sogar nicht, was ich machen soll. Warum muss ich die Bottles denn haben? Ach, ist das jetzt Schrottplatz, wo ich mit Chloe war und... Ach so, nein. Jetzt sagt man, ich muss die alle einsammeln. Wie in der... Nein! Bis ich die alle habe, ist mein Kopf halt explodiert. Oh Gott. Nein. Take. Schnell! Schneller, mach doch! Wie viel left? Mach einfach, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Leute, Hilfe! Das ist... Habe ich die... Habe ich die Flasche hier schon genommen? Ja, okay, dann ist da hinten rechts bestimmt irgendwo einer. Max! Okay, die können mir gar nichts, ist mir scheißegal. Wahrscheinlich, das heißt es nachher nur, du hast so viel Leben aufgebraucht und deswegen stirbst du jetzt oder dein Gehirn versagt jetzt. Eine Bottle noch? Gehe ich jetzt gerade ein bisschen schneller? Max! Hey, Max! Wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal alles neu machen. Oh Gott, ich bin drin. Nichts können, was das angeht. Das ist echt... Oh, what the fuck! Ich gehe jetzt wieder hier lang. Wenn der sich nicht umdreht, dann kann ich wenigstens mal gucken, ob ich die Flaschen alle eingesammelt habe. Die hier zumindest standen. Stand hier nicht irgendwo eine? Nein. Oh, nooos, ne? Oh, jetzt... Ich muss wieder reden. Please, let me the last one. Ist das die letzte? Oh, nein, wahrscheinlich nicht. Geh doch ein Schrittchen schneller, Max! Doch, jetzt macht sie es ein bisschen... Oder? Ja gut, es ist schon, glaube ich, ein bisschen schneller, aber es ist... Oh, das... Ah! Oh, what the fuck! Oh, mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr! Ich halte es nicht mehr aus! Foto. Warum? Ich will es nicht. Gib mir die Waffe. Hier ist irgendwo eine Waffe bestimmt. Ja, wir können uns hier kurz doch auf die Bench setzen und müssen chillen. Komm! Vielleicht kommen wir so raus. Okay, es schneit und wir sitzen am Leuchtturm. Wohin war schon mal eine Bank... Und in den Stuhl hätten wir sitzen können. Made in Taiwan? Ach, das ist... Wir sitzen in einem... Schnee... In einer Schneekugel. What the... Yeah. Don't you dare question the chef? Right. Like you're the real cook here? I am. When your mom's away... Ach, krass. Das ist der Moment... Der eine Moment, in dem wir alles verändert haben. Chloe's dad. Hey, Honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're going to work at the two wind. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come make you a drink. Oh, shit. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Oh, man. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious croak for us to leave the party. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the square jar. You mean your college, Boggs? He's free. What? What? Shit, where are those keys? Das ist doch Max. Und Max hat die Keys versteckt? Oh, ne. Geil, eine SMS gekriegt im Jenseits. Oder im Irgendwo. Oh, what the fuck. Ich check überhaupt nichts mehr. What? In einem Schlafanzug? What? Oh, Christ. I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. What the fuck? God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka-brah. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tots, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. What the fuck? Kann ich bitte aufwachen? Why did you get rewind powers? You don't even know how to use it. Rachel's dead and you're still alive. Life is so unfair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You are the real storm. Das würde sie nie sagen. Oh my God. What the fuck is going on, ey? Ich kriege echt den Mund nicht mehr zu hier. Ich möchte mich jetzt hier hinsetzen und nie wieder rauskommen. Ja, super. Und irgendwo hätten wir jetzt... What? Hä? Irgendwas? Irgendwas? Oh my God. Gibt's... Oh Gott, gibt's irgendwo einen Hint? Gibt's irgendwo einen... Ich use es nochmal. Ich geb irgendwas 8391 ein. Oh, das ändert sich nicht. Okay. Ist irgendwelche Abgenutzten wieder? 1, 7... 1, 7... Nee. Oh, warte mal. Vielleicht gibt's hier doch irgendeinen Hinweis. Irgendeine Zahl, die häufiger vorkommt. Oder ist was... Mehrere eingekriegt. Ich dachte, da wäre eine eingekriegt. Fuck. Ach du Scheiße. Oh man. Ich möchte einfach noch so so einen verdammten Halbtraum machen werden. Ich heiße nicht mehr aus. Ich heiße mal. 6521. Oder welche Benutzten vielleicht? 1, 7, 8, 9. Nein. Aber die können ja jetzt in jeder Reihenfolge sein. 9. Ach, 8. Aber warte mal. Obwohl, die sind ja auch nicht mehr abgenutzt als die anderen, oder? Warte mal. Wenn man die Zahlen aufschreibt und guckt, ob eine Kombination im Raum mit den Zahlen 1, 7, 8, 9, ob man da eine findet. Wahrscheinlich Tausende. 7, 5, 8, 1. Oder ich mache gerade ab. Warte mal. Warte mal, eine SMS hat mir doch William geschrieben. Hey Max, Max. Would you say hi to Chloe and Joyce? Don't forget to remind them that you let me die. Okay, den GoApe habe ich leider verpennt. Das war blöd. Scheiße, wo kann ich den Code denn finden? I have to find a number somewhere. Shit. Unterstrichen, eingekringelt. Wie finde ich denn die Nummer raus? Vielleicht da? Kann ich vielleicht hier irgendwo nah, wenn ich irgendwo... Was? War da irgendwas komisches gerade? Ne. Das war, glaube ich, nur ein Glitch oder so. Lass uns mal alles anschauen hier. Vielleicht steht irgendwo irgendwie Max. Ah. Doch, da eine. Oh man, ich bin auch echt blöd. Ich habe das echt nicht gecheckt. Und das ist verspiegelverkehrt. Also 0, 3, 1, 1, oder? Bitte. Bitte, bitte, bitte. 0, 3, 1, 1. Ja! Oh. Da muss Max mir natürlich erstmal helfen. Oh Gott, da drüben. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right, when I was about to start a new life in California. Oh, Löchen. Oh, Löchen. Tits, no Tits. Oh my God. Shit, Max. What the fuck? Boah, das ist krass gemacht einfach. Wie, wie sie sich einfach so gut vorgestellt haben, was du für Albträume hast, was deine schlimmsten Vermutungen und so sind. Oh, da, was Max. Oh, I tried to help, ja. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers. Your big plan was to trick people into thinking you'd give a rat's ass. Stimmt gar nicht. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear. You were just looking for a shortcut, because you can't make friends. On your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk, Chloe. You think she's worth all that? We all are. We all are. We all are. This isn't about Chloe. Or even me anymore. Gosh. You're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of a devil. Okay. Do you do not even fuck with her head? She knows what we went through together this week. And you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Okay. What's this? After five years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Okay. Ich kann wieder was machen. Aber bevor wir weitermachen... Seriously, I need a break. Ich muss echt kurz Pause machen. Das ist einfach... Way too much. Außerdem ist es schon wieder eine Stunde vorbei. Und mein Tee ist auch bald leer. Da muss ich mir noch einen holen, weil ich möchte das jetzt noch heute beenden. Und ich möchte noch wissen, was passiert. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.